Wir haben doch hier unseren 12-jährigen Kleider. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Marleen, ich hab ihn vergessen, das tut mir sehr leid. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, freiwillig oder musst du? Marleen, für die Antwort schenke ich dir eine CD nach der Veranstaltung, die du möchtest. Ja, ich weiß, was du jetzt Stress drauf hast, deswegen. Und die Mama kocht dir denn alles, was du so essen möchtest? Ja, was machst du denn gar nicht essen? Jetzt können wir darüber reden und ich verspreche dir, Mutti will es nie wieder machen. Ja, mach eins ruhig. Was machst du überhaupt nicht? Was willst du nie wieder auf dem Teller sehen? Koch die Mutti überhaupt, kriegst du was du ess. Ich hole dich da raus. Ihr seht genug, sucht die Eltern aus. Hier, die beide sind nett. Wie was? Hier, die Nudelstraktion. Weißt du, Nudeln? Nudeln in Soße, von morgens bis abends. Da gibt's so frische Bolognese. Nee, sag mal, irgendwas. Sauerkraut. Wo ist die Mama? Da. Versprichst du, dass du nie wieder Sauerkraut machst, wenn deine Tochter denn hier ist? Wo ist das? 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 Vielen Dank.